Ich hatte mir, so wie viele andere auch, zunächst mal ein paar Illusionen über die DDR gemacht. Ich dachte, naja gut, die ist nicht ganz fein und nicht ganz fair und mit Marxismus und Leninismus habe ich als Christ nicht viel am Hut. Aber dass sie ein übles, diktatorisches, totalitäres System war, das keine, auch keinen geringsten Widerspruch duldete, darüber hatte ich keine Vorstellung.